So, ein herzliches Willkommen hier wieder zurück zu Sniperlite 3 und ich bin auch wieder zurück. Ich hatte privat kleine Probleme gehabt und ja, und jetzt geht's weiter mit Sniperlite 3. Endlich weiter, ja. Und wir müssen die Folge nochmal ziehen, weil die letzte Folge war ja Gang Over und ja, leider. Schade, aber da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. So, das haben wir jetzt. Ja, schütten wir mal. Einmal. So, weg bist du auch. Super. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Jetzt muss ich aufpassen. Wo? Ist ja irgendwo noch hier noch was kaputt. Machen. Aber ich gehe jetzt nochmal da rüber, nochmal schnell. Hier habe ich was vergessen. Das sieht so aus, ob ich irgendwas vergessen habe. Letztens. Gut, das habe ich gerade kaputt gemacht. Ja, puste noch und puste noch. Hier habe ich das. Das habe ich geholt. Die Unterlagen. Hier habe ich dann auch geholt. Müssen wir mal gucken. Karte gucken. So. Zulagern. Enthalte Zugang zum Pfahl. Okay. Aber jetzt müsste es aber gehen. Verstärkt die Patrouillen. Der Wüstengeist darf uns nicht in die Quere kommen. Der Wüstengeist. Was heißt Wüstengeist? Okay. Gut, aber jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Ich habe ja alle getötet. Oder fehlt noch was? Äh. Fehlt noch was? Nee. Oh, komm. Okay. Gucken wir mal. Ah. Der Wüstengeist höchstpersönlich. Der Mann, der im Alleingang durch Halfaya gezogen hat. Na, endlich. Aber jetzt, äh. Abgeschlossen oder nicht abgeschlossen? Das ist die Frage. Ey. Sieht aus. Wie super. Ja, dann schalten wir das mal einfach mal aus. Sprengköpfe da eins hinpacken und da in der Nähe gleich. Ach, hier sind gleich wir hier in der Nähe. Nee, ich hab niemand gesehen. Weitere Patrouille bitte. Der muss hier irgendwo sein. So, er ist hin. So, der ist auch weg. So, schnell durchraschen hier. So, ich hab kaum Muni noch. So, hopps. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell machen. Weil ich will hier. Schnell raus. Bloß schnell raus hier. So. 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 er hat voll in den Arsch abgeschossen. Voll in den Arsch. In den Arsch. so weg ist der auch ist auch weg du bist auch weg ich habe dich nicht im schatten gesehen du auch weg ja los Alter, da sind zackle So So, weg. So, weg ist er auch. Ist auch weg. So, weg. So, weg ist er. 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 Aber wie am besten. Ohne, dass ich gedehnt werde. Aber wie am besten da hin? Da oben hin muss ich. Das geht da noch nicht. Das geht da noch nicht. So, dann müssen wir mal klingeln. Kriege ich lieber mal ein bisschen. Nur ein bisschen. Mal schnell hier die Bombe anbringen können. Schnell, schnell, schnell. Bombe dran. So, welche nehmen wir zur nächsten. Die nächste ist da. Die große ist da. Da wird schon was werden. Aber nicht da unten. Müß ich wieder runter. Die sind alle tot. Fast alle. Fast alle. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Vielen Dank.